Hallo zusammen, mein Name ist Raphael Wurzschaffner von Bikeclase. Wir hier mit unserem grossen Team freuen uns wahnsinnig auf euren Besuch. Der Schweizer E-Bike-Pionier Flyer präsentiert uns hier die Upstreet 5 Serie. Als Alltagskönner als Pendelfahrzeug geeignet, sowohl für weite Touren wie auch für einen kurzen Arbeitsweg. Im Winter, im Feinsten, bei Tageslicht sicher für alles in drei verschiedenen Farben. Ein Alleskönner der Extra-Klasse. Die Upstreet 5 Serie ausgerüstet mit dem Mountainbike-Montor mit der gleichen Leistung, sowie mit einem 750 Watt-Stunden-Akku, der uns das ganze Mello in einer unheimlichen breiten Möglichkeit bietet. Sowohl für den Alltag, wie auch für längere Touren bis zu 150 Kilometer Reichweite. Ausgerüstet mit Schutzblech, Gepäckträger, sowie fix montierte Beleuchtung vor und hinten. Ihr Weg gegen die Ferien. Auch dem steht nichts mehr. Schöne Sommerferien. Von der topografischen Anlage her sind wir auch hier bei uns in der Region wunderbar bedient. Mit den Kassettenschaltungen können wir sowohl der Kinderanhänger, wie auch der Kommissionanhänger problemlos hinziehen. Sehr viel Wert wird auf Komfort gelegt. Sowohl Schwalbe-Bereifungen, sowie Lenkergriffen mit ergonomischer Auswartung, damit wir ein angenehmes Lenkverhalten haben. Sattel, in verschiedenen Varianten möglich, mit Schälen drin, wo Sie sich Ihr Gesässen völlig anpassen können. Speziell hier im Display. Wir haben die Möglichkeit, euer E-Bike mit einer App, mit der sogenannten Komfort-App, zu koppeln, damit Ihr navigieren könnt, damit Ihr auch wirklich den richtigen Weg für euer Bauchverdient-Urlob findet.